Der Teufel kommt zu einem Anwalt, sagt, ich biete Ihnen ein super Geschäft an. Ich mache Sie zum erfolgreichsten Anwalt dieser Stadt. Sie werden sich alles leisten können, Ihre Kollegen werden Sie beneiden. Sie werden einen Zweitwohnsitz in Kitzbichl haben dürfen, und zwar mitten im Naturschutzgebiet. Sie können sich Ihren neuen Tesla bestellen. Sie werden eine Yacht haben in Dalmatien aus den Restbeständen der Hypoalpe Adria. Alles wird super sein. Sie werden Präsident werden des Golfclubs. Sie werden Ehrendoktor werden an der Universität. Das Gegengeschäft wäre dann für mich, Ihre Eltern, Ihre Frau und Ihre beiden Kinder müssen halt für immer und ewig in der Hölle schmoren. Der Anwalt hört sich das an und sagt, ja, gut und schön, aber was ist der Haken? Das ist der Haken? Das ist der Haken? Das ist der Hund. Und aus der Wald.